Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und da hab ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als tausend Worte. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Ich geh ja nicht ganz. Tanzen hier schon den Bienen-Maja-Tanz? Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ich finde TV total eine wunderbare Sendung. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ich bin hier wegen Fußballer, nicht wegen Ihrem Schwester. Entschuldigung bitte. Achso, ja, aber machen Sie sich nichts draus, ne? Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Deswegen, dass es ja eigentlich ist, das ist ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Und wir haben das dann gezeigt bei der darauffolgenden Betten-Dass-Sendung. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum. Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Das hat aber seine Ordnung. Ich gehe auf Veranstaltungen und schaue mich da einfach mal so ein bisschen um. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Erst an dem Abend lüften ist aber dann schon aufgedeckt worden von der Zeitung. Das ist eine alte Regelung. Es gibt keine private Regelung. Punkt. Ein wenig gute Unterhaltung. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Sexuelle Orientierung. Ein wenig gute Unterhaltung. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja. Und dann ist auch alles in Ordnung. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfache Lösungen. Ich finde TV-Total eine wunderbare Sendung. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfache Lösungen. Ich seh die Sendung gern. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfache Lösungen. Nach Ankündigung, den sende ich jetzt um. Sprach- und Sehstörungen. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Selbstmordattentate. Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Ich geh ja nicht ganz.